ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu command and conquer der tiberium konflikt remastered edition auf seiten der not ganz genau liebe leute not kampagne überreste und ja wir sind mittlerweile in mission 6 schon bei der not kampagne bei den resten und wir müssen einfach einen sprengsatz finden hier ich war allerdings beim nächsten mal schon beim erkunden dran beziehungsweise ich habe schon den dass wir mit denen hier versucht aber das hat nicht geklappt und wie die lassen sich wieder abballern hier lassen sich wieder abballern wie soll ich denn das machen wie soll ich denn das machen übel wie soll ich das machen sollte ich habe auf jeden fall jetzt erst mal zwei gummi panzer die mannigen kriege ich mit dem klappt das ist kein problem aber nicht die panzer macht die platt liebe leute dann freue ich mich dass man wieder hier dabei sein zwei guten alkoi konkurri maß und ja dann machen wir einfach mal weiter jetzt hier jetzt bleibt doch mal stehen zwei kampfmann sei toll das war's muss ich mich hier durchschnitten oder was das sieht mir verdammt danach aus und leute einfach nicht schießen sondern wir müssen glaube ich einfach nur irgendwas finden hier so die kann fernste habe ich jetzt am anschocker oder ist ein paar glaube ich glaube das ist schon hier genau da 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 genau da ist die Kiste. Leicht die Kiste. Okay. Und jetzt müssen wir eigentlich hier raus, Leute. Jetzt müssen wir eigentlich hier raus. Okay. Ich habe die Kiste auf jeden Fall. Wo ist jetzt der Hubschrauber? Wartet mal. Ein Heli wird sie bei der markierten Landezone abholen. Leuchtfackel. Ja, toll. Welche Leuchtfackel denn? Ja, toll. Welche Leuchtfackel? Hier wollen wir mich ein bisschen verkack eiern. Hier kann das sein. Wir wollen mich hier echt verkack eiern. Wo ist die Leuchtfackel? Zum Teufel. Hä? Jetzt bin ich hier aber irgendwie... Was? Da unten? Da unten? Oh Mann. Das schaffe ich doch niemals. Das schaffe ich doch niemals da unten her. Ja, das ist glaube ich die erste Mission, die richtig fies ist in der Kampagne. Ja, das ist die erste fiese Mission. Verdammt. Verdammt. Okay, Mission wiederholen, bitte. Gut, ich weiß, wo es ist. Das ist schon mal gut. Ich weiß, wo es ist. Okay. Weiter ran. Du musst einfach in diese Basis da rein. Not Mod am besten. Und... Ah, nein. Ach, lass dich ruhig abballern. Lass dich abballern, weißt du? Oh Mann. Ah, hier kann ich mich durchschießen. Schaut mal. Hier kann ich mich doch reinschießen. So. Und dann sammle dir die Kiste. Und, und genau. Und dann jetzt hier unten rein. So. War es das schon? War es das schon? Okay. Ja gut, so geht es natürlich auch. Gut. Was am Anfang länger gedauert hat, geht es jetzt umso schneller. Einfach mit dem Motorrad rein und unten raus. Schon geil. Gut, liebe Leute, wir haben Halbafrika. Ja, ich wähle aber die nächste Mission manuell aus hier. So, noch eine extra Hirn-Siedentzünder-Mission. Geht auch wieder schnell. Ich glaube, die Katzen, die ich überspringe, ich aber diesmal, weil die haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Oder? Ich bin gerade an, die zu trauen. Ja, ja. Okay. Ja, das ist... Ach du Scheiße. Ich glaube, das hier muss man einfach nur mit den Motorrädern ein bisschen einiges machen. So, einfach schnell hier irgendwie durchfahren. Oh. Oh, okay. Da wird der Blickweg aber zumindest schon mal blockiert. Aber hey, ich meine, schau mal, da ist doch schon die Basis da. Es ist einiges an Einheiten, sehe ich da gerade. Schaut mal. Einiges an Einheiten da, ja. Aber kann ich hier oben nicht? Oder was? Oder ist hier kein Eingang? Ah, hier ist kein Durchgang, oder was? Doch. Oder was? Nee. Schade. Nee, nee. Okay, dann komm wieder zurück in Hotmod. Komm wieder zurück. Öh. Okay. Ja, dann... Mach die halt... Mach die kalt. So. Mach diesen Panzer da weg. Mach den Panzer weg. Okay, okay. Und den hier auch. Mach den kaputt. So. Und den da am besten auch noch. Nee, 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 nee. So, hier. So. Und mach den kaputt. So, genau, Leute. Wo ist mein Motorrad? Hat er das platt gemacht? Der Penner. Okay. Leute, dann. Guck mal, was hier unten. So. Mach den mit dem Mannigen dann den Panzer platt. Sehr schön. So. Dann gucke ich mal, ob es hier nicht auch noch einen Eingang gibt. Hier gibt es auch keinen. Da ist nämlich die Kiste schon. Oh, Mann. Leute, das ist ja echt einfach hier. So, dann spreche ich euch halt mal. Mission 6 GDI. Ach, not. Und, ja, dann machen wir einfach mal die Kampagne weiter hier. Ah, nein, nein, nein. Ich brauche, äh, wartet mal. Ich brauche eine gepanzerte Einheit da drin. So, nehmen wir den Panzer, bitte. Und fahr einfach rein, los. Einfach da rein. Und, jo. So. Weil gegen den Panzer können die nichts machen hier. Gegen den Panzer können die nichts machen. Ja, schieß doch daneben, ey. Nee, schießt du mir daneben. So. Ja. Und. Da unten hin. Gut, Leute. So. Gut, Panzer, dann fahr nach da unten. In Ordnung. Oh, das könnte aber knapp werden mit dem. Oh, schneller. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh. Jetzt kommt er doch mit dem Jeep, oder was? Oh. Oh, das war knapp, Leute. Okay. Äh, nimm den Gummipanzer. Und fahr einfach da unten hin jetzt. Komm. So. Boah, genervt. Alter. Alter Schwede. So, jetzt kommt doch durch. Das kann doch nicht sein. Äh, was? What? Schafft der es wieder nicht? Das kann nicht sein. Oh. Das kann doch nicht sein. Wie gut, dass ich gespeichert habe, ey. Da muss ich mit beiden Panzern reinfahren. Ja, gut, okay. Kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. So. Das schaffen wir noch irgendwie. Dann sind wir heute wieder ordentlich weit gekommen, in dieser Aufnahmesession. In Ordnung. Ist ja wirklich geil, muss ich sagen. Also, äh, wir waren, als wir angefangen haben mit der Ausnahmesession, waren wir noch in der letzten Konsolen-Mission. Und, ähm, ja, jetzt sind wir mittlerweile schon hier, äh, zur Hälfte durch mit den Kampagnen-Missionen. Ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich schon geil, muss ich sagen. Ja, ja, ihr interessiert mich nicht, ey. Okay, der eine kommt so gut, äh, der eine kommt so gut durch, so. Jetzt kommen wir sogar mit beiden durch und, äh, das war's. Und, äh, das war's, sehr schön. Aber jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo es, äh, schwieriger wird. Und, äh, Mission 7 schon und, äh, das könnte jetzt eine Weile dauern, glaube ich, diese Mission. Okay, Katzing. Ach, ja, haha, genau, diese Verarsche-Mission. Jo, jo, das sind keine GDI-Truppen. Dann am Ende gibt's da eine Basis. Pff, genau, ey. Oh, Mann. Oh, ich hab tausend Geld. Jawohl, Sir, reicher auf! Mit Invasoren. Reicher auf! Okay. Reicher auf! In Ordnung! Dann fahr ich mal mit den Gummipanzern vor. Jawohl, Sir, Sir! So. Ah, haha. Ja, ja, komm. Was müssen wir hier machen? Äh, selber, 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 selber. So ein... Ein... Helminية ist die Dorfeinbewohner, ja. Gut. Eine Effektion zu verhindern. Ja gut. Dann sollte ich das Dorf hier platt machen, ja? Gut, dann helft mal, Raketentypen. Dann helft mal. Hahaha. Ja, hier. So. Und ja. Wir sind jetzt Mission 7 schon. Von der Kampagne. Läuft, würde ich sagen. Läuft richtig gut. Hütte des Medizinmanns. Wir treiben hier weiter unser Unwesen in Afrika. Warum die Konsolenmissionen eigentlich gespielt? Das haben die gar nicht erwähnt, ne? Wo die Missionen, in welchem Land diese Konsolenmissionen waren. Da haben die gar nichts von erzählt, irgendwie. So, bam. What's? So. Und dann gehe ich mal weiter mit den Gummipanzern nach vorne. Dann haben wir jetzt nämlich alle hier platt gemacht. Und bevor ich das jetzt wieder machen muss, speichere ich das mal. Mission 7. Not. So. Und ach da. Schaut mal da auf. Kann man hier unten rein? Tatsächlich, okay. Hier unten kann man rein. Oder was? Ne, doch nicht. Fuck, Leute. Doch nicht. Aber hier unten, das kann ich mir zumindest einnehmen. Das ist schon mal gut. Okay, Leute, dann gehe ich mal mit meinen Einheit nach vorne. Und schauen wir mal, ob ich das hier eingenommen kriege. So. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Panzer. Ähm. Hm. So. Jawohl. 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 Oder auch nicht, wa? Na, reparier doch nicht! Ja, das ist jetzt kacke, Leute. Das ist jetzt echt kacke. Okay, dann geht ihr aber... Scheiße! Das wird jetzt langsam knapp. Schuss! Ah, scheiße. Oh, wie soll ich denn das machen da? Das sind zwei Türme. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger jetzt vorgehen. Tatsächlich, ey. Ist nicht immer so durchrushen jetzt. Ne, ne. Das ist nicht mit durchrushen. Okay. Dann muss ich jetzt echt aufpassen, so. Okay, ähm, dann. Wartet mal, ich glaube... Ah, ich glaube, ich kenne diese Mission. Ach, ja, ja, wir müssen woanders hin. Wir müssen gar nicht hier unten hin. Komm, dann schießt er mal drauf, dann haut der ab. Oder auch nicht. Ja, gut, na, dann nervt nicht. Genau, ich glaube... Ich muss mir einfach nur diese Kohle da holen und die Meniken nehmen und hier hoch. Ich glaube, da war was. So. Fährt der einen jetzt bitte hier rein. Genau. Und dann jetzt diese Einheiten halt platt machen, die hier rauskommen. So. Genau. Genau, Leute. Und einfach draufkommen. Einfach drauf da. Nervt nicht. So, bam. Ja, los. Äh, genau. Dann. Nein, 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 nein. Da würde ich jetzt nämlich nicht hin. Ich möchte die Einheiten gerne mit nach oben nehmen. Ah. Seht ihr das? Genau, wir müssen einfach nach oben, aber... Ich habe wohl schon einen Bauhof irgendwo. Ähm, ja. Alter. Okay. Ähm. Alter, da kommt jetzt mit Panzern an. Äh, wo ist denn die Basis? Wo ist denn die Basis? Wo ist denn die Basis, Leute? Warte. Ich habe Bauhof, aber... Schon dabei. Die muss doch hier oben sein. Hä? Mach die mal platt da. Ähm. Support, Sir. Rech auf. Die war hier oben. Rech auf. Geht knapp. Hä? Wo ist... Ach. Ja, toll. Jetzt habe ich sie eh verkackt. Scheiße. Ach, da ganz oben rechts war die... Ich dachte, die wäre da oben links irgendwo. Ah, toll. Ja, gut. Okay, dann. Ähm. Ja, das ist natürlich... Die Frage ist aber, wieso habe ich dann zwei Invasoren? Wozu habe ich dann zwei Invasoren? Wenn ich eh da hoch muss. Wenn da oben eh schon eine Basis steht. Also irgendwas stimmt da ja nicht. So. So. Dann macht die alle kalt. Los. Mach diesen Jeep da weg. Der geht mir auf die Nerven. Dann Kohle nehmen und raus da. Genau. Und überfahren. Und überfahren. So. Und überfahren und hier hoch. So. Genau. Gut. Reparieren. Hehe. Und Männchenfabrik. Sehr schön. Oh nein. Astor. Ach so. Doch. Na gut. Die Frage ist halt echt. Äh, wozu brauche ich die Invasoren? Boah, ne. Ne, ne, brauche ich nicht. Flachs bringen ja nichts. Äh, Raffinerie bitte. Ja, wie ich sagte, Leute. Wie ich sagte. Ähm. Das wird die erste Mission, die jetzt ein bisschen länger dauert. Aber wie gesagt, das soll uns ja nicht stören. So, dann können wir tatsächlich eine Waffenfabrik bauen. Oh mein Gott, wie geil. Ja, wo fährt der hin? Ach da, okay. Na gut. Okay. Alles klar. Sehr schön. Gut, dann war das hier unten der falsche Weg. Wir haben hier ein riesiges Zivierungfeld. Da auch. Das ist gut. Und natürlich haben wir wieder kein Geld. Wie immer. Shit, ey. Aber, Leute, wir haben den Anfang. Wie gesagt, diese beiden Invasoren. Ich weiß nicht, warum ich hier diese beiden Invasoren habe. Keine Ahnung. So, da gucke ich mal gerade Optionen. Ist schnell. Okay. Gut. Oder? Ja, doch ist schnell. Sammler. Oh, Luftangriff. Wie süß. Nur minimal beschädigt. Okay. Gut. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, können wir jetzt das Flugfeld bauen? Werde ich ein Radar bauen? Und dann NotMod. Wenn die Kohle denn dafür reicht. Fürs Radar reicht die, glaube ich, nicht. 849, ne, aber fürs NotMod. Dann bauen NotMod. NotMod. Okay, Leute. Funk- und Radarzentrale, dann. Dann kann ich mit dem noch mal ein bisschen erkunden fahren, hier. Ach, genau. Hier stehen überall so inaktive Panzer rum, ne? Stimmt. Ach, Leute, die Mission, die habe ich auch schon im Let's Play gesehen. Stimmt, Leute. Die Mission ist aber auch machbar, muss ich sagen. Also die ganze Kampagne ist eigentlich ein Witz. Wenn man sich mal das Add-on anschaut, ist die Kampagne ein Witz. Das ist so. So, Leute, dann hier. Radar. Oh, scheiße. Okay. Energie. Energie ist tödlich, Leute. Die fehlt. Oh, Mann. So, dann. Und die war so runterweg. Ja, gut, mit nur einem Kraftwerk ist das schon ordentlich, ja. So, was habe ich denn hier noch? Ich habe hier gar nichts mehr. Ich kann hier gar nichts an Verteidigung bauen. What? Okay. Was macht jetzt der Panzer? Verstärkungen sind eingetroffen. Aha. Was macht der da jetzt? Wie Verstärkung? Ah. Ich habe wenige Verstärkungen gekriegt. Okay. Cool. Danke. So, dann macht die mal platt. Oh. Oh, 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 oh. Was macht der da oben? Der Sack da oben. Passt ihr da irgendwie durch? Könnt ihr den nicht abschießen? Ach. Nicht euer Ernst jetzt. Ihr könnt den nicht abschießen. Ja, ist das scheiße aufgebaut. Das stimmt schon, ja. Äh, gut, dann bau Gummipanzer. So. Und nicht durch die... Leute, ihr nervt. So, dann bitte den Gummipanzer da hinstellen. Der nervt. So, genau. Und jetzt Mod Not Not hilft dem. So, dann haben wir den gleich. Sehr schön. Eine Werkstatt haben wir hier auch nicht, ne? Der Werkstatt haben wir hier auch nicht, ne? Na gut, Leute. Na gut, alles klar. Genau, hier stehen überall inaktive Panzer rum. Ich hab sogar noch die Männiken vom Anfang her. Oh, Mann. Das Einzige, was hier halt kacke ist bei der Mission, Leute, ist das Pissarsenal. Das ist einfach so, Leute. Die Nots, die haben einfach ein scheiß Arsenal. Einfach mit so Spielzeugwaffen. Ja, das ist so. Aber da macht's halt die Masse. Das ist halt auch prinzipiell mein Grundsatz hier. Die Masse macht's. Die Masse wuppt das immer. So, dann kann ich ja mit dem Sammler noch hier die Ecke erkunden. Ja, wunderbar. What? Oh, Luftangriff. Scheiße. So, dann reparieren. Das war, Leute. Fahr mal mit dem Notport hier noch mal ein bisschen. Nee, 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 die Kunden. Und jetzt hab ich einmal drauf geschossen. Äh, nein, nicht auf den Sammler, Leute. Ja, seht ihr das? Also, die wird das schon eine vollwertige Basis hier. Oh, Mann. Okay. Ja, dann soll er ruhig kommen. So, sehr schön. Gut, liebe Leute, kommt ihr jetzt mit seinen Einheiten an. Und dann kann ich beim nächsten Mal tatsächlich schon meine Gummipanzerarmee aufbauen. Jawohl, keine Ahnung wird gebaut. Gute alte Gummipanzerarmee. Und, ja, dann den Gegner überrollen beim nächsten Mal. So einfach. So. Genau, liebe Leute, dann würde ich sagen, äh, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Äh, und das die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Jetzt hier ist gerne weiter. Und, ähm, ja, wie es hier war, da geht es immer beim nächsten Mal. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, äh, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschö, tschö.